willkommen zurück zu mario kart 8 ja heute begrüßen wir euch zu zweit und ich werde jetzt einfach mal reingreifen und völlig random irgendeinen ziehen was man nicht wirklich überblicken kann ich muss mit dem pro controller fahren und ich habe ich will nicht mario fahren warum da wolltest du mich gerade weil du willst du mich gerade überfahren oder was mit ihr los ich hatte vor dich zu zerquetschen ja was glaubst du ich glaube dir brennt der kittel du scheiß babys mann nein das liegt am scheiß baby der kann nix was ist das ist aber voll op auf dem sechsten platz ein goldpilz zu bekommen das ist so scheiße man kann hier auf dem zweiten platz ein kugelwini bekommen ja dafür muss aber der abstand groß genug sein ja der ist groß genug nein also rechtzeitig das noch nicht finde ich ist ja noch nicht die dritte runde hallo irgendein gespürt hast plötzlich mir vorbeigefahren gut gemacht tanuki mario was hat gelobt ja das ist ein spaß das habe ich jetzt auch gemerkt habe ich gegen die wand gefangen ja ich habe baby mario go und nein los yes man warum bist du nicht vorbeigekommen bitteschön bist wohl zu fett ähm ich bin bowser na und ich bin bowser was sagt mir das jetzt dass du einen stachlegen rücken hast du bist ein ganz harter stecher du ja sollt ich mir hallo 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 ist die gestorben ja auf 8 platz eine rote wollt ihr mich verarschen und banane für dich nein ich hab dich doch perfekt platz ihn hat es gibt jemanden der dich ganz tolle kennenlernen will wo hab ich die gut geschmissen what the fuck wo hab ich die geil geschmissen mann yay und wie alter was fällt dir ein du null ja ich hab doch gar nichts gemacht doch du hast mich von der grünen abgeschmissen ich hatte keine grüne wer war das dann ja vielleicht die die vor uns beiden sind das sind nämlich zwei stück ach du bist nicht auf dem ersten platz nein 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 ich hab verarscht ja komm was wie wurde ich denn gerade getroffen wie 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 die banane war richtig gut habe ich mit dem kissen zu verprügeln das wollte ich mal da hochfahren habe ich nicht geschlafen jetzt klebe ich an der wand sehr schön hallo betrügerische grüne mann ich zeig dich an ja hallo das ist doch ungerecht hallo deswegen bin ich ich bin wirklich noch kein ich bin wirklich noch nicht vor bestraft wirklich auch wenn mir viele nicht glauben ich bin es wirklich nicht weil du noch nicht erwischt wurdest du arsche und damit verabschieden wir uns aus mario kart 8 würde ich sagen also ich mich nicht also ich mich verabschiede mich er nicht er macht noch online so zeug aber noch was bis zum nächsten part